Es wird sehr viel über Ladepreise von Elektroautos in Deutschland diskutiert. Die Ladeanbieter verändern ihre Preisstrukturen, die Preise gehen auch nach oben und viele von euch beschweren sich darüber und sagen, na, die wollen doch nur so hohe Kilowattstunden Preise verlangen, weil sie uns abzocken oder sich eine goldene Nase verdienen. Und ich kann euch eine Sache mal direkt sagen. Ich bin dem Ganzen auf den Grund gegangen, weil es mich sehr interessiert hat, wie die Wahrheit aussieht. Und die Wahrheit ist, dass niemand in der Ladeinfrastruktur in Deutschland aktuell damit Geld verdient. Ganz im Gegenteil, es ist ein großes Verlustgeschäft. Und ich kann euch jetzt die Zahlen zeigen. Ich habe es tatsächlich geschafft, von drei verschiedenen Ladesäulen alle wichtigen Preise und Informationen rauszubekommen. Und ich zeige euch jetzt die Tabelle. Und ihr seht zum ersten Mal die Wahrheit über die Ladepreise in Deutschland. Und ich mache gar nicht lange rum. Wir schauen uns direkt die Excel-Tabelle gemeinsam an. Hier habe ich alles für euch zusammengetragen. Und ich kann euch direkt schon mal sagen, es gibt drei verschiedene Szenarien, die wir uns jetzt anschauen. Szenario Nummer eins. Ich klicke das hier immer in der Tabelle an. Dann könnt ihr das Ganze mitverfolgen. Und gleich schon mal wichtig, wenn euch was zu schnell geht, ich kann hier nicht bei allem in die Tiefe gehen, dann pausiert das Video einfach und schaut euch das in Ruhe an. Wir sind erstmal bei einer AC-Ladesäule, also so eine typische Ladesäule in der Großstadt. Steht ja auch Standorttyp Großstadt. Ja, zum Beispiel hier in Berlin. Es ist eine konkrete Ladesäule hier aus Berlin. Ich sage jetzt natürlich nicht genau welche, weil, naja, das Ganze wollen wir ein bisschen anonym halten. Nicht, dass da irgendjemand irgendwelche Probleme oder sonst was bekommt. Ist doch ganz klar. Aber das sind wirklich echte Zahlen. Mit einer Ladeleistung von 22 kW. Wir gehen von fünf Ladevorgängen pro Tag aus. Das ist eine typische Ladesäule in der großen Stadt. Also dann so viel Kilowattstunden pro Ladevorgang ist ein guter Schnitt. Das sind die Ladevorgänge pro Jahr. Und dann eben die Kilowattstunden pro Jahr, die sich daraus resultieren. Dann schauen wir nochmal in die Kleinstadt. Ganz wichtiger Punkt, auch eine AC-Ladesäule, also Wechselstrom, so eine typische normal ladende Säule. Aber eben, und jetzt hier der große Unterschied, zwar auch 22 kW, nur zwei Ladevorgänge pro Tag. Sprich, klassische Ladesäule irgendwo draußen in der Pampa, wo nicht oft geladen wird, aber da wollen wir ja trotzdem laden. Und da schauen wir uns mal an, was das dann gleich auf den Preis auswirkt. Und, ganz wichtig, dann haben wir Szenario Nummer drei, die Schnellladesäule. Hier jetzt eine DC-Ladesäule, auch ganz konkret an der Autobahn rund um Berlin. Habe ich mir eine rausgepickt und die Daten zusammenbekommen. Eine 150 kW Ladesäule. Wir gehen von sechs Ladevorgängen pro Tag aus. Das ist auch so ein typischer Schnitt. Das ergibt dann entsprechend so viele Kilowattstunden pro Ladevorgang im Schnitt und dann eben pro Jahr und dann eben die Kilowattstunden pro Jahr. Wie gesagt, schaut euch alles in Ruhe an. Pausiert das Video, wenn ihr nochmal Daten genauer ansehen wollt. Und jetzt gehen wir mal hier Szenario Nummer eins durch. Was sehen wir da als erstes? Und das höre ich oft. Die kaufen doch den Strompreis an der Börse für rund vier oder fünf Cent ein und verkaufen es uns dann was für 50, 60, 70, 80 Cent die Kilowattstunde. Das ist doch Betrug. Das Wichtige daran schon mal ist, ja, tatsächlich wird der Strom sogar aktuell, der Börsenpreis schwankt aber auch, für 4,5 Cent die Kilowattstunde verkauft. Soweit ist es ja alles richtig. Was man eben nicht im Kopf hat, ist folgendes, was jetzt passiert. Wir gehen hier als nächstes, da werden natürlich dann noch Netzentgelte fällig. Ganz wichtig, weil die Netzanbieter müssen ja auch eben die Leistungen zur Verfügung stellen. Das heißt ja, nicht nur der Strom selbst ist ja interessant, also die Strommenge, sondern eben auch die Leistung und wie der Strom dorthin gelangt. Das wäre jetzt hier in dem Fall einer AC, normalen, stinknormalen öffentlichen Ladesäule, ungefähr bei 5,078. Also wie gesagt, das stimmt jetzt für diese Region. Natürlich kann das je nach Region schon unterschiedlich sein, aber die Schwankungen sind jetzt nicht so brutal, dass man das nicht als sehr gutes Szenario ansehen könnte. Wir haben eine Konzessionsabgabe, also die Abgabe an Kommunen. Da kommen nochmal 2,39 Cent obendrauf. Wir haben hier die EEG-Umlage, davon habt ihr bestimmt schon gehört. 6,756 Cent, kommen da nochmal drauf pro Kilowattstunde. Dann gibt es noch die Stromsteuer mit 2,050. Die Kraft-Wärme-Kopplung, da sind auch so Dinge drin, das hat keiner auf dem Schirm, ist nochmal 0,226 Cent pro Kilowattstunde. Wir haben eine Offshore-Haftungsumlage, die da noch draufkommt mit 0,416 Cent die Kilowattstunde. Dann Paragraf 19 Absatz 2 Stromnetzentgeltverordnung, wer kennt es nicht? Spaß beiseite. Die 0,358 Cent pro Kilowattstunde nochmal obendrauf hauen. Und dann nochmal die abschaltbare Lastenumlage mit 0,007 Cent pro Kilowattstunde. Ich kann und will auch nicht euch jeden einzelnen Punkt hier genauer erklären. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wenn da mal zu einzelnen Punkten vielleicht mal nochmal ein extra Video fertig wird. Dann können wir mal schauen, ob wir das da nochmal durchgehen im Detail. Das ergibt aber jetzt hier ein ganz interessantes erstes Bild. Die Gesamtkosten des Stromes, und da reden wir jetzt nur von dem reinen Strom, der zur Ladesäule kommt, da gibt es noch keine Ladesäule, da kommen wir gleich dazu, ist bei 21,781 Cent die Kilowattstunde. Wichtig, netto. Ganz am Schluss erst, wenn wir die Rechnung durch haben, kommen wir auf den Bruttopreis. Wir rechnen jetzt alles nur netto, da kommen also jetzt aktuell 16 oder dann eben die 19 Prozent Mehrwertsteuer noch obendrauf. Und das ist doch schon mal ein Riesenunterschied zu dem, was alle denken. Das hat mich schon auch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von 4,5 Cent die Kilowattstunde Einkauf an der Börse, dann eben eigentlich mit allen entsprechenden Steuern und Umlagen 21,781 Cent die Kilowattstunde. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, das ist nur der Stromkostenpart zum zweiten großen Teil. Das sind also die Kosten der Ladesäule und des Betriebes. Wir gehen hier, ja ich habe beides aufgelistet, also die Kosten der Ladesäule ohne Förderung und die Kosten der Ladesäule mit Förderung. Mir ist es ganz wichtig, euch jetzt hier sozusagen das Beste, also günstigste Szenario vorzustellen. Nicht jetzt irgendwie ein Horrorszenario. Deswegen gehen wir natürlich von der Ladesäule mit Förderung aus. Das heißt nicht, dass jede Ladesäule gefördert werden kann, aber da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Das heißt, wir gehen mal hier von den 5.400 Euro aus, weil es eine Förderung gibt und die Fördertöpfe noch sehr voll sind. Dann jetzt auch ein spannender Wert, die Abschreibungsdauer ist hier auf 10 Jahre festgelegt. Wer sich damit ein bisschen beschäftigt, der weiß natürlich, wenn man eine höhere Abschreibungsdauer annimmt, dann ist natürlich sozusagen dann der Einzelpreis günstiger, weil sich es ja streckt über die Zeit, die Kosten für die Ladesäule. Wenn wir jetzt hier statt 10 Jahren zum Beispiel nur 5 Jahre annehmen, dann wird es natürlich alles teurer, weil wir ja über einen kürzeren Zeitraum die Kosten wieder reinholen müssen. So, wir bleiben aber bei den 10 Jahren, was aktuell eben wohl ein üblicher Wert ist bei den Ladesäulen. So, dann gehen wir hier weiter. Kosten Ladesäule pro Jahr mit Förderung von 540 Euro. Ich überspringe immer die ohne Förderung, weil ich will jetzt einfach mal nur das Beispiel mit Förderung. Ihr seht ja die Preise ohne Förderung. Dann auch nochmal mit Förderung die Kosten der Ladesäule pro Kilowattstunde in Cent. Kommt auch nochmal oben drauf. Sind hier nochmal 2,562. Dann müssen wir noch einen Betrag für Betrieb und Wartung pro Jahr. Einfach einen Pauschalbetrag von 1380 pro Säule. Und dann eben noch Betrieb und Wartung pro Kilowattstunde in Cent. Nochmal 6,547 Cent. Kommt dann nochmal oben drauf. Dann gibt es nochmal die Kosten für die Roaming-Anbindung pro Jahr. Das Roaming ist praktisch die Möglichkeit, dass das praktisch in den großen Verbünden und den Netzbetreibern dann zur Verfügung steht, sodass am Ende ihr nur noch eine Karte benötigt und auch in der Karte verschiedene Ladesäulenbetreiber dann zur Verfügung stellen. Schaut euch mal das letzte Video an hier, der Einfach-Elektro-Auto-Serie. Da habe ich das nochmal ein bisschen erklärt. Und dann eben noch die Kosten der Roaming-Anbindung pro Kilowattstunde in Cent. Da kommen nochmal 0,569 obendrauf. Das ergibt dann also, wir schauen uns nur den zweiten positiven Wert an, also den günstigeren Wert, weil wir wollen ja möglichst günstig laden, sind also dann allein die Kosten der Ladesäule und des Betriebes dann 9,678 Cent pro Kilowattstunde. Das kommt ja jetzt zu den Stromkosten mit allen Steuern und Umlagen noch oben drauf. Und dann sind wir hier bei einem ganz wichtigen ersten Betrag, das war es leider noch nicht, bei den Kosten für den Ladesäulenbetreiber insgesamt mit Förderung. Also sind wir bei 31,459 Cent die Kilowattstunde. Netto. Da kommen also, wie gesagt, immer noch, wir nehmen mal die 19% Mehrwertsteuer an, weil wir wollen jetzt nicht von der aktuellen Situation ausgehen, sondern das Video soll ja auch über die 16% Mehrwertsteuersenkung hinaus funktionieren. Deswegen die 19 Cent kommen da noch oben drauf. So, und jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt. Hier steht es in Rot. Die Kosten beziehen sich ausschließlich auf die Strom- und Ladesäulenkosten. Eben nicht auf Personalkosten und, eventuell will der Betreiber ja auch eine kleine Gewinnmarge mitnehmen, die ist dann noch gar nicht enthalten. Das heißt also, bei dem Betrag sind wir praktisch bei den Kosten pro, also Cent pro Kilowattstunde für den Ladesäulenbetreiber. Der wird auch kurz CPO genannt, wenn ihr da ein bisschen mehr in der Materie seid. Das heißt also Chargepoint Operator. Das heißt also, hier rechnen wir jetzt einfach mal, da habe ich jetzt keine genauen Daten, aber ich habe mich in der Szene umgehört. Man sagt, ich habe mal gefragt, 10 Cent pro Kilowattstunde für eure Personalkosten, noch ein bisschen Gewinnmarge, ein paar Cent pro Kilowattstunde und was euch sonst noch entsteht, das scheint wohl realistisch zu sein als Wert. So, dann sind wir also bei 10 Cent zusätzlich nochmal und jetzt kommt auch der Gag, jetzt ist der Strom ja immer noch nicht bei uns, sondern wir gehen ja sozusagen zu einem Ladekartenanbieter, der Ladestromanbieter, der uns ja dann über seine Ladekarte den Strom dann am Ende abrechnet und zur Verfügung stellt und auch der kauft das ja dann entsprechend ein und muss dann eben auch nochmal, hier steht es, Personalkosten, IT-Kosten für das eigene System im Hintergrund noch ausgeben. Der muss vielleicht auch ein bisschen Werbung und Vertrieb noch machen für sein eigenes Produkt. Der hat eben noch Kosten für die Nutzung von den Roamingportalen. Auch dazu, wie gesagt, im letzten Video, schaut mal rein, habe ich euch da mehr dazu erzählt, sprich, dass allen möglichst viele da sollen zur Verfügung stehen. Dann gibt es vielleicht noch eine kleine Gewinnmarge, da kann man ja darüber diskutieren, aber in der Regel sind es ja privatwirtschaftliche Unternehmen, die ja zumindest eine kleine Gewinnmarge eigentlich schon mitnehmen wollen, sonst, ja, da sind wir dann bei dem Thema, da sind nochmal so 10 Cent, die obendrauf kommen. Wäre realistisch. Das heißt, jetzt kommt der Hammer, jetzt sind wir bei Netto, bei einer stinknormalen öffentlichen Wechselstromladesäule bei 51,459 Cent die Kilowattstunde, den der Ladekartenanbieter verlangen müsste, wenn wir jetzt die 19% Mehrwertsteuer aktuell annehmen, bei ihm ist das natürlich dann die Umsatzsteuer, gehofft wie gesprungen, dann sind wir bei einem Endkundenpreis, den bei einer Wechselstromladesäule, also bei der langsamen, bei 61,236 Cent die Kilowattstunde liegen müsste. Lass uns mal 61 machen, lass uns 60 machen, damit es einfach ist. 60 Cent für AC-Laden, also für das normale Laden, ist schon echt eine ganz schöne Nummer, oder? Ich glaube, ihr ladet in der Regel, wenn ihr mit dem Elektroauten unterwegs seid, in der Regel günstiger. Die meisten wahrscheinlich. Da stellt sich doch jetzt die Frage, könnt ihr schon mal im Hinterkopf behalten, wie macht das denn der Ladekartenanbieter? Wie kann der einen Preis unter 61 Cent die Kilowattstunde anbieten, wenn das der Preis ist, den er eigentlich verlangen müsste, wenn alle vielleicht noch ein bisschen was verdienen? Ja, gut, klar, fällt einem sofort ein. Okay, dann nehmt doch euren Verdienst weg, ist ja ein ganz neuer Bereich, da lässt man vielleicht mal die Marge weg, dass ihr zumindest auf 0 rauskommt. Dann gehen wir nochmal ein paar Cent runter, sind wir vielleicht bei 50, 55 Cent oder sowas. Da sind ja immer noch einige günstiger. Könnt ihr euch selber überlegen, wie die das machen. Da möchte ich am Schluss nochmal ein paar Gedanken zusammenfassen. Wir schauen uns jetzt mal das Szenario Nummer 2 an, aber da gehen wir schnell durch, weil da ändert sich eigentlich nicht so viel. Da ist der große Unterschied jetzt hier hauptsächlich, dass eben hier nicht so viele Ladefonger gibt. Also im Prinzip genau das Szenario, das wir gerade durchgegangen sind, nur eben nicht in der Großstadt, sondern irgendwo in der Pampa draußen mit zwei Ladevorgängen statt fünf pro Tag. Also das ist der einzige Unterschied. Es wird einfach nicht so oft genutzt, weil es irgendeine Ladesäule irgendwo in einem Dorf ist, wo halt nicht so viel geladen wird, was ja eigentlich trotzdem existieren sollte, weil wir wollen ja eine Fläche in der Geladeinfrastruktur. Dann kommt man hier auf fast den gleichen Strompreis. Da müssen wir nicht so genau eingehen, aber eben hier genau jetzt an dem entscheidenden Punkt hier bei den Kosten für die Ladesäule. Im Unterschied sind wir dann hier bei 24,195 Cent, weil natürlich die Ladesäule viel länger braucht, ja am Ende durch die wenigeren Ladevorgänge, um sich zu amortisieren. Das heißt also hier, der Unterschied ist ja hier 15 Cent nochmal. Also sprich, wenn eine Ladesäule viel weniger genutzt wird, dann sind die Kosten drastisch höher. Das ist die Konsequenz hier. Und das führt dann am Ende dazu, wie gesagt, ihr könnt euch das jederzeit stoppen, nochmal genauer anschauen, dass wir eben nicht bei, jetzt sagen wir mal ganz grob 60 Cent sind, sondern wir sind hier eher in Richtung 80 Cent unterwegs. Was für ein Unterschied, oder? Von 60 auf 80 Cent die Kilowattstunde als Unterschied des Preises, nur weil weniger Ladevorgänge stattfinden. Fand ich nämlich auch schon mal interessant. Jetzt kommen wir aber zu einem ganz, ganz wichtigen Szenario und auch oft ja so ein Ding, wo viele sagen, die Schnellladesäulenanbieter mit ihren hohen Preisen. Schauen wir uns das doch mal an. Wir sind hier beim Strompreis auch bei 4,5 Cent, da ändert sich nichts, aber ein Riesenunterschied sind die unterschiedlichen Netzentgelte. Wieso? Weil eben man für diese hohen Ladeleistungen, hier zum Beispiel ja bei der Säule mit 150 kW, viel höhere Netzentgelte dadurch hat. Das ist wieder eine eigene Geschichte. Je nach Netzbetreiber steht es ja auch nochmal, variiert das und es ist eben, wie gesagt, nach benötigter Leistung wird das abgerechnet. Wenn natürlich die Leistung deutlich höher ist, dann sind die Netzentgelte deutlich höher, weil es ja eine viel höhere, also schwierigere Aufgabe ist, diese hohen Ladeleistungen dann eben auch über die Leitungen zur Verfügung zu stellen. Lässt sich eigentlich nur, leuchtet irgendwie ein. Und jetzt sind wir hier bei 150 kW. Wenn wir hier jetzt mal zum Beispiel auf die 350 kW gehen, dann müssten die Netzentgelte hier nochmal drastisch nach oben gehen. Also das ist auch wieder das günstigste Szenario für einen Schnellladeanbieter mit 150 kW. So der Rest bleibt grob gleich. Die Konzessionsabgabe ist hier nochmal niedriger. Ich gehe mal davon aus, weil es eben ein bisschen außerhalb ist und nicht so in der Stadt. Da müssen die Kommunen nicht so hohe Abgaben abziehen. Und dann sind wir hier eben dann bei 32,978 Cent. Die Kilowattstunde also grob bei 33 Cent. Aber da haben wir nochmal einen deutlichen Unterschied zur langsamen Ladesäule, wo wir grob bei 22 sind. Sind wir jetzt hier bei 33. Ich runde manchmal ein bisschen ab oder auf, damit es einfacher ist zu kommunizieren. Merkt ihr schon? Riesenunterschied. Und natürlich jetzt auch hier, jetzt kommen wir zum nächsten Bereich, die Kosten der Ladesäule und des Betriebes. Eine Schnellladesäule ist natürlich um Vielfaches teurer als eine einfache Wechselstromladesäule. Ihr seht es, statt 9.000 Euro kostet die dann 80.000 Euro. Und da sind wir bei der 150 kW Ladesäule. Ich habe mir sagen lassen, dass die 350 kW Ladesäulen, also diese Ultraschnellladesäulen, sogar nochmal doppelt so hoch sind. Also ungefähr bei 160.000 Euro. Das könnte man ja hier mal durchspielen, könnte ja für euch mal machen, was dann bei rauskommt. Wir gehen jetzt wieder vom besten Fall aus, vom günstigsten Falle, der, finde ich, schon erschreckend teuer ist. Hätte ich auch so nicht gedacht. Abschreibung ist ähnlich. Wir gehen hier dann eben bei den Kosten, sind wir natürlich auch deutlich höher. Also pro Jahr dann auch die Kosten pro Cent, pro Kilowattstunde sind hier bei 12,596 Cent. Bei Betrieb und Wartung pro Jahr sind wir ungefähr so, wie bei der Wechselstromladesäule. Bei der Betrieb und Wartung pro Kilowattstunde sind wir hier sogar ziemlich günstig. Ja, dann eben noch die Roaming-Anbindung und dann eben noch die Kosten-Roaming-Anbindung pro Kilowattstunde in Cent. Und dann landen wir dann eben hier auch nochmal nur bei Kosten der Ladesäule und des Betriebes bei 16,532 Cent, die dann eben auf den Strompreis noch oben drauf kommen. Und da sind wir dann hier bei, alles noch netto, bei netto 49,51 Cent die Kilowattstunde. Die eben, jetzt kommt's wieder, der Ladesäulenbetreiber dann eben bezahlt. Da sind noch keine Personalkosten, keine Gewinnmarge des Betreibers drin. Da gehen wir natürlich wieder davon aus, dass man hier so grob mal die 10 Cent noch drauf schlägt. Eben noch an eigenen Kosten plus noch eine kleine Gewinnmarge. Und dann eben noch die 10 Cent für den EMP, für den Ladekartenanbieter. Haben wir ja schon beim ersten Szenario erklärt. Kommen auch nochmal 10 Cent drauf, das ist ja grob die gleiche Annahme. Dann sind wir jetzt hier bei inklusive jetzt Mehrwertsteuer, also beim Endpreis, der für den Kunden eigentlich wahrscheinlich so weitergegeben werden müsste. So interpretiere ich es. Schreibt mal eure Meinung dazu eigentlich ganz klar. Die 82,717 Cent die Kilowattstunde. Jetzt sagen wir mal ganz wohlwollend, da gehen wir nochmal ein bisschen runter und machen daraus mal die 80 Cent die Kilowattstunde. Das wäre der Preis, den ein Anbieter einer Schnellladesäule mit 150 kW eigentlich an uns so weitergeben müsste. So, jetzt mal ein paar Gedanken dazu. Was mir ganz wichtig ist, wieso mache ich das Ganze? Mich stört ein bisschen, dass wir alle möglichen Preise haben. Wir haben riesen Preisveränderungen. Keiner weiß so richtig, wie entstehen diese Preise eigentlich. Und jetzt, denke ich mal, hoffe ich, habt ihr einen deutlich besseren Eindruck, genauso wie ich, wie solche Preise entstehen. Und vielleicht auch ein ganz anderes Verständnis dafür, wie solche Preise denn überhaupt auf dem Markt dann am Ende jetzt angeboten werden können. Wie gesagt, je nach Standort variieren diese Netzentgelte. Es gilt auch nur für Deutschland, das möchte ich nochmal betonen. Es gilt nicht für andere Länder, da sind die Strukturen wieder ganz anders. Es sind natürlich auch andere Umlagen oder Steuern. Neue Kabel müssen oft verlegt werden, was auch nicht berechnet ist. Also es kann sein, dass oft Kosten noch für Tiefbau auf einen zukommen. Ich habe von Projekten gehört, wo sogar teilweise Masten und auch über Felder gelegt werden mussten. Und das ging dann schon in die Millioneninvestitionen, damit da überhaupt solche starken, schnellen Leitungen dann eben zur Verfügung stehen. Manchmal muss man auch Batterie-Pufferspeicher nochmal zusätzlich mit aufbauen, damit die eben dann schon mal ein bisschen Strom abpuffern vorhalten. Damit eben, wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig mit einer sehr hohen Geschwindigkeit laden wollen, dann das auch zur Verfügung steht. Das sind alles noch Kosten, die sind ja alle noch nicht eingerechnet. Und da muss ich doch wirklich von meiner Seite aus sagen, habe ich vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle mehr Verständnis dafür, wieso so ein Anbieter vielleicht mal ein bisschen versucht, weil wir sind ja an dem Punkt, ganz ehrlich, seinen Verlust zu minimieren. Wieso machen das die Anbieter eigentlich überhaupt? Man könnte ja von vornherein sagen, seid ihr eigentlich bescheuert, verlangt doch gleich die richtigen Preise. Naja, ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir uns natürlich wünschen, dass natürlich der neue Bereich der Elektromobilität, der Ladeinfrastruktur attraktiv ist, sodass möglichst viele da reinkommen. Und eigentlich, denke ich mal, ist es doch auch normal, dass man gerade, wenn man ein neues Produkt auf dem Markt anbietet, dass man eben am Anfang erstmal Verluste hinnimmt, erstmal investiert und sich dann eben eine Kundschaft aufbaut und dann in Zukunft mal Geld verdienen kann. Aus meiner Sicht, ich kann jetzt nur Schlussfolgerungen für mich nochmal ziehen, ist es klar, dass die Preise nochmal steigen müssen, weil die Frage ist ja nicht, wie viel verdienen die Ladesäulenbetreiber oder eben dann auch nachher die Ladetarifanbieter mit dem ganzen Geld, sondern wie viel Verlust können sie verkraften, über welchen Zeitraum, um sich eben dieses neue Geschäft aufzubauen. Es ist ein aktuelles Verlustgeschäft und die Frage ist also, wie lang können die Anbieter diese Durststrecke durchhalten, über Monate oder auch über Jahre, wie viele Möglichkeiten haben sie das vielleicht mit anderen Produkten quer zu subventionieren oder eben auch durch gute Töpfe im Hintergrund das Ganze abzufangen. Ist aber schon ganz schön krass, also da habe ich mich schon sehr gewundert. Und ein wichtiger Gedanke nochmal zu dem Thema ist, zum Beispiel gerade diese Ladesäule, die ja irgendwo in der Pampa war, so wenig Ladevorgänge waren und die dann eben so einen hohen Preis am Ende verursacht, die finde ich aber persönlich ehrlich gesagt total wichtig. Wir wollen doch nicht so eine Situation haben wie Mobilfunk oder Handynetz aktuell in Deutschland, dass wir einen riesen Flickenteppich haben, weil die Anbieter nur dort Masten hinbauen, wo es sich auch richtig lohnt. Wir wollen doch auch, dass Ladesäulen an Ecken und Enden entstehen, wo wir vielleicht nicht so oft hinfahren, wo wir mal eben rausfahren ins Grüne, das ist doch die Freiheit der Mobilität. Und dann müssen wir offensichtlich auch in Kauf nehmen, dass es dann auch mal einige Ladesäulen gibt, die eben nicht so viel benutzt werden und dadurch hohe Kosten für die gesamte Ladeinfrastruktur erzeugen, dadurch aber diese wichtige flächendeckende Ladeinfrastruktur entstehen kann. Da finde ich, sollte man sich kein Beispiel nehmen an den Mobilfunkanbietern, sondern das besser machen und anders machen. Das ist meine Meinung dazu. Schreibt mal bitte eure Meinung zu dem ganzen Thema unterhalb des Videos in die Kommentare. Immer freundlich bleiben, immer anständig argumentieren, damit man uns hier darüber unterhalten kann. Ich bin total gespannt, was ihr zu dem Video sagt und ob ihr auch so, ja im Prinzip auch so überrascht seid wie ich, dass es dann doch deutlich teurer ist, als man es eigentlich am Ende so denkt. Naja, war auch für mich jetzt eine spannende Reise. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.